Guten Morgen meine liebe Schüler! Wie geht's euch? Heute wir lernen Lektion 4 über die Verben sehen, sprechen und treffen. Sehen Ich sehe, du siehst, er, sie, es, sieht, wir sehen, ihr seht, sie sehen. Sprechen Ich spreche, du sprichst, er, sie, es, spricht, wir sprechen, ihr sprecht, sie sprechen. Treffen Ich treffe, du triffst, er, sie, es, trifft, wir treffen, ihr trefft, sie treffen.